Einen Gott Hallo und Herzlich Willkommen zurück zu unserem Minecraft Let's Play. Diesmal geht es auch weiter mit dem Minecraft Let's Play Special zu Skyblog. Ja, da waren wir nämlich gestern auch wieder dabei. Ich weiß nicht wann diese Folgen rauskommen, aber normalerweise werden alle Folgen immer am Wochenende hochgeladen. Eigentlich hatte ich mir ja auch vorgenommen, sonst nochmal welche hochzuladen, aber wenn ich was hochlade, hat man unten am PC auch kein Internet, kein richtiges Internet mehr. Und wir waren ja das letzte Mal hier dabei und ja, als wenn wir Drogen hätten. Es schneit nämlich. Und es wird auch nicht wieder aufhören. Es wird nicht aufhören, ja. Ich habe jetzt einfach mal wieder das Licht. Oh? Es sah gerade so aus, als ob da unten sich gerade jemanden befindet. Also ungefähr hier, ne? Okay, ja. Also wir haben ja hier noch... Ja. Also da muss auf jeden Fall noch eine Fackel hin. Oh nein, wir sind so am Arsch. Wir sind so am Arsch. Wir wissen nicht, was wir zu tun haben. Wir wissen es einfach nicht. Wir wissen, was wir zu tun haben. Wir wissen, was wir uns tun haben. Was soll wir denn tun? Was soll wir denn tun? Was sollen wir denn tun? Was sollen wir los tun? Was soll wir tun? Ich weiß es selber nicht, doch ich weiß genau Leider, dann lasst euch nicht verarschen Vor allem nicht sein, weil es Lasst euch nicht verarschen Lasst euch nicht verarschen Vor allem nicht sein, weil es Schmuggelware abzuholen Wir müssen das ja immer so machen Weil sonst das Ding immer wieder zu normalem Eis wird Wir können uns zu beiden Seiten runterlaufen lassen Jetzt kann uns da auch nichts mehr anbrennen Oh, und ich sehe gerade hier und diese Textur, die ist so ein bisschen verschoben Genau, wir können uns Ist ja auch einmal eine neue Waffe, girl So ein Scheiß Das gibt's doch nicht Das gibt's doch nicht Das gibt's doch nicht Nein Das gibt's doch nicht Das gibt's doch nicht Es ist so schön Es ist so schön Warm hier neben Lama und Wasser Boah man Das geht ja schnell. Ich kann ja eigentlich theoretisch stehen bleiben und die ganze Zeit auf die Maustaste drücken. Weil ich bekomme ja die ganze Zeit was. Ihr könnt ja jetzt mal die ganze Zeit auf die Spitzhacke gucken. Ich gucke jetzt auch mal ein bisschen näher dran. Vielleicht ist das ein bisschen verwechselt für euch. Ich lade gerade mal wieder was hoch, aber hier war es geil. Ich musste ja sowieso nur diesen einen Block laden, sonst nicht. Und bei jedem Fall, was ich abbaue, verletzt er so ein bisschen. Und dann wird auch die Farbe entsprechend immer geändert. So, ich mache jetzt erstmal ein Stack voll. Das ist ja cool. Wenn wir sich jetzt da so reinstellen, ne, dann kommt Wasser und dann steckst du ein Cobblestone fest. Und dann können wir das letzte Play auch abbrechen, weil wir dann versteinert wurden. Aber ich finde cool, dass es so geht. Kennt ihr eigentlich MC Nostalgia? Ich würde persönlich eigentlich ganz gerne, weil mehrere Minecraft-Specials machen. Zum Beispiel mit der Intef-Minecraft-Version zu spielen. So, das lasse ich jetzt einfach mal so hier, ne? So, aber wann? Ja, der Schnee, der hört hier nie wieder auf. Deswegen, da muss irgendwas mit dem Biomen-Arsch rein. Wenn wir mal eben kurz was nachschauen. Regnet es denn? Ja, hier, guck mal. Kann man zumindest Schnee ausmachen? Ne. Schnee kann man auch nicht ausmachen. So, wenn es nachher noch einmal anfängt zu regnen, ähm, oder zu schneiden, dann lasse ich das aber an, weil... Ähm, ich habe die Version runtergeladen ohne ein Schneebio. Und ich hatte das auch beim letzten Mal, beim Aufnahme-Fail, oder das, was ich nicht hochgeladen habe. Da war das nämlich auch genauso. Also da gab es auch diese Probleme. So, so, erstmal hier den ganzen Schnee abbauen. Vom Schnee fällt ja immer so ein bisschen was ab, das sieht aus, als wenn wir jetzt Multiplayer wären und da unten jetzt jemand umlaufen würde. So, das Lied gefällt mir aber gar nicht. Das ist doch schon viel besser. Ach so. Uhuhuhu. So, ich würde als erstes jetzt mal hier das gerne verbinden. Mh. Oder das würde ich dann auch ganz gerne mit Cobblestone bauen hier. Weil Erde ist in Zukunft das seltenste, was wir haben. Weil Cobblestone können wir uns, ups, können wir uns jederzeit neu machen. Also, da gibt es keine Berenzung für. Das gibt es immer. Oder das ist immer verfügbar. Setz-Ling V2. So, und in der Zeit, in der wir hier so ein bisschen wachsen lassen. Das wird dann gleich genau. Und das erste Minecraft, was es gab, das war ja in Döf, ne? Und das habe ich mit MC Nostalgia, habe ich schon mal gepatcht, oder von meinem Freund kenne ich das. Der hat mir das Programm gezeigt. Och, es fängt schon wieder an zu schneien. Die meinten, die meinten doch, die Schneebiome gäbe es, gäbe es nicht mehr. Oder bei der, bei dem gibt es das Schneebiome zumindest nicht. Meinte der. Oder stand dabei. Weil man konnte das mit Schneebiome runterladen, man konnte es aber auch lassen. So, und so kriegen wir hier auf jeden Fall keinen Baum zu wachsen. Warum kann ich das nicht einfach auslassen? Boah, meine Güter. Wir wollen ja einen Baum pflanzen. Nein. Ah. Ja, bei uns im Hinruhen fährt gerade der Zug. Der macht mal tütütüt. Weil das... Mano. Weil das... Ja, vielleicht hört ihr es ja. Ja, und jetzt noch Schnee einsammeln, ne? Wir können uns eigentlich auch so eine Art Wohnpilz nachher bauen. Vielleicht hat es schon jemand gemerkt, meine Stimme ist heute ein bisschen tiefer, weil ich auch wieder so leicht heiser bin. Das mit der Erkältung ist zwar immer noch nicht ganz weg, aber... Naja. Ja, ist ja gut. Boah, man, der Zug, der nervt. So, wir müssen ab jetzt ganz sparsam... Sparsam... Sparsam sein mit dem... Oder mit der Erde eigentlich hätte ich hier das gar nicht anbauen sollen. Aber, äh... Was wir uns das nächste Mal noch machen möchten, oder was ich mir das nächste Mal machen möchte, ist, das hier unten erst nochmal abzubauen. Na, der Schnee, der... Oder das Ding hier, das wurde jetzt gesetzt. Wir haben aber immer noch drei weitere. Puh, ich dachte schon, äh... Ähm, deswegen... Okay. 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 Ich kann es auch da runterfallen. Oh, iha. So schön harmonisch, ee... Ne, ich lasse das. Ich mach das nicht so. so hier müssen wir es jetzt näher und muss Baumann das hat nicht gereicht nee das darf das darf gar nicht das wir gehen hier den Baum wir ja später mit ab nee muss so um um als würde ich die Ränder Distanz voll ausmachen unsere Cobblestone Maschine ha so wenn wir die kaputt machen wir können auch jetzt direkt hier runter gehen wieder das ist ja quasi jetzt unbegrenzt ich will jetzt erstmal so sparsam sein die 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 als sie denken